Ja, sehr geehrter Herr Heinen, ich bin gerade richtig glücklich, Sie einfach mal persönlich kennenzulernen, weil man ist ja in meinem Alter auch mit den Freundebüchern aufgewachsen, mit Wulwamp und dementsprechend sind Sie ja schon ein richtiger... Die Freunde sind ein Klassiker und wunderbar für jeden Autor, es ist die Rente. So ein Buch ist eben immer, da werden sich sogar noch meine Kinder drüber freuen, weil die Tantieme ist also ein wunderbares Zubrot, weil 70 Jahre nach meinem Tod, wenn die Bücher verkauft werden und sie werden immer noch gleichmäßig verkauft, gibt es also dort irgendwelche Tantemen. Wie schwer ist es eigentlich nach so einem Erfolg ein anderes Thema mehr oder weniger aufzugreifen? Ich habe so einen Hängeordner und da sammle ich immer wieder ganz viele Dinge, die manchmal reifen über Jahre. Manchmal ist so ein Thema da, da denkt man, ach, da müsstest du mal ein Buch drüber machen. Und dann tue ich das in diese Hängeordner, das sind Ideen. Und wenn ich dann nach einem oder zwei Jahren mal durchschaue und dann stoße ich auf Ideen, wo ich denke, ach nee, das ist mal langweilig und die schmeiße ich gleich weg. Und da war eine Idee und da ruhen ganz viele Ideen drin und die reifen so wie Wein. Und bei anderen finde ich es umso spannender. Und einer der Dinge war zum Beispiel die Philosophen. Mich hat immer Philosophisches interessiert und alle meine Kinderbücher haben ja auch einen philosophischen Hintergrund. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, du könntest auch mal, also ich hatte ganz viel gesammelt über die Jahre, du könntest auch mal ein Buch machen über die Philosophen, über die Philosophiegeschichte. Und dann habe ich gedacht, naja, also aber vielleicht sollte man auch ein paar, wie kann man das illustrieren? Und dann, weil alle Philosophiegeschichten sind Wörter, Wörter, Absätze, Seiten, Seiten, 1500 und mehr. Und ich habe mir überlegt, also wie haben denn die Philosophen ausgesehen? Und dann weiß man ja nur, also es gibt ja so Marmorbüsten, aber die sind meist aus römischen Ursprungs und die sind oft 200 Jahre später gemacht worden. Aber ob sie so ausgesehen haben, wissen wir nicht. Aber wir wissen zum Beispiel von Sokrates, dass seine Frau Xantippe, die hat immer über ihn geschimpft, weil er nie Sandalenart hatte und weil er so dick war und weil sein Leinengewand immer bekleckert war und dass er ansonsten auch hässlich war, habe ich gedacht, vielleicht machst du mal so ein Sokrates in diese Richtung. Und bei Plato weiß man, dass Platon, der heißt ja ursprünglich anders, Platon heißt breite Stirn, auf Griechisch und er hat seine Bücher immer im Dialog geschrieben. Also stelle ich Plato dar, der hebt beide Arme über den Kopf und hat zwei Puppen in der Hand, die sich im Dialog unterhalten. Also und so bin ich immer mehr hineingewachsen und dann habe ich mir überlegt, wie viel Text kann ich denen mitgeben? Diesen einzelnen, also Philosophen. Soll ich über jeden Philosophen 50 Seiten schreiben? Dann habe ich wieder 40 Philosophen mal 50, das ist 2000 Seiten. Das geht nicht. Und dann habe ich natürlich entdeckt, wie bei Aristoteles, dass die auch ganz viel Unsinn geschrieben haben. Der hat behauptet, dass Schwalben keine Beine haben, dass Mäuse sich vermehren, wenn sie am Salz lecken. Und ja, also solche Dinge. Und die erwähne ich und zeige, dass dieser Mann, der 2000 Jahre lang verehrt wurde, auch viel Unsinn verzapft hat. Ich zeige ihn als Mensch. Und dann aber mit wenigen Sätzen zum Schluss, nachdem ich ihn vorgestellt habe, beschreibe ich ihm, was hat er uns heute noch zu sagen? Und das ist die Quintessenz. Und wenn sich jemand dafür interessiert, dann kann er noch 47 Bände über Aristoteles lesen. Ja, also ich bin ja wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil die Philosophen haben mich irgendwie, ja man kannte die Namen, aber mich hat es nie interessiert, weil es war mir einfach viel zu träge. Ich habe also auch bei dem Buch, ich habe gesagt, naja gut, okay, es ist Helme Heine, ja, nimmst es mal. Kannst nochmal interviewen vielleicht, wenn es klappt. Und dann, ja, dann kam das Buch, habe ich reingeguckt, habe ich gesagt, zwei, drei Seiten pro Philosoph, oder vier, ich glaube, der längste waren fünf, drei Seiten ist der längste. Drei Seiten plus eine Illustration ist die längste, oder eine Seite plus Illustration, das sind zwei Seiten. Ja, und auf jeden Fall war das alles sehr kurz gehalten immer. Es ist sehr locker geschrieben, es ist einem Deutsch geschrieben, was wirklich für jedermann geeignet ist. und meine Kollegin hat vorhin, die kannte das Buch noch nicht, sie kannte nur das, was ich geschrieben habe. Und sie hat dann eben gerade auch so ein bisschen reingestöbert und musste dann auch anfangen zu lachen. Und ich denke mir, es auch sehr wichtig ist, über ernste Themen wie die Philosophen einfach auch mal zu lachen. Wie wichtig ist Ihnen das? Ja, ich bin da, also Pascal ist ja ebenfalls ein Philosoph. Der hat geschrieben, also über die Philosophen zu lachen, heißt schon philosophieren. Also man sollte sich nicht zu ernst nehmen. Also die Philosophen haben ja auch viel fast Autistisches an sich. Also wenn ich sehe, also das so ein Mann, also sagen wir mal wie Schopenhauer, der ist ja so skurril, der hat ja nur akzeptiert, also im Grunde genommen sich selbst und seinen Hund. Und der Hund heißt Atma. Und das ist eine Weltenseele. Und wenn Atma nicht gehorcht hat, dann hat er ihn gerufen, Mensch. Das zeigt doch im Grunde genommen, was das für ein skurriler Mensch war. Und dann verliert man auch die Angst vor diesem Philosophen. Oder wenn ich an Heidegger denke, der ist einer der kompliziertesten Philosophen, der erst 1970, glaube ich, gestorben ist. Und über den hat Karl Friedrich von Weizsäcker, der Physiker, hat ihn gelesen, als er ihn entdeckt hat, hat gesagt, das ist Philosophie. Und dann im zweiten Satz hat er gesagt, ich verstehe kein Wort, aber so ist Philosophie. Auch sehr interessant. Also, wobei ich das auch sehr lustig fand, Karl Marx hatten Sie ja auch, er ist ja auch ein Philosoph. Ich hatte ihn gar nicht als Philosophen eigentlich so im Kopf. Ich habe immer, weil ich hatte nie gedacht, dass das Kapital, Kapital war es ja, ein philosophisches Buch sein könnte. Aber Sie sagten, es steht bei vielen rum, aber keiner liest es, die drei Bände. Und haben Sie sich eigentlich, wo Sie dieses Buch geschrieben haben, mit den Philosophen nochmal explizit auseinandergesetzt? Oder war das, weil Sie sich sowieso die ganze Zeit dafür interessiert haben? Nein, ich habe schon immer, also mich für die Philosophie interessiert in den letzten 30 Jahren. Ich bin darauf gekommen, auf dieses Thema, weil meine Tochter kam nach Hause, das ist also über 30 Jahre her, und sagte, wir haben ein neues Fach in der Schule. Ich sage, was habt ihr denn? Ja, wir haben Physiolophie. Ach, ich sage Physiolophie. Und habe gelacht. Also, sie hatte gar nicht das begriffen. Und da sagt sie, erklär mir doch mal, was ist denn Philosophie? Und da bin ich schon ins Stottern geraten. Und das ist so. Und deshalb habe ich dann angefangen, immer mehr über Philosophie zu lesen. Und wann immer ich was Interessantes in den philosophischen Werken entdeckt habe, habe ich die in meinen Hängeordner getan. Und das wurde immer dicker. Und habe dann auch davon meiner Frau erzählt. Und bei manchen hast du gesagt, du, das verstehe ich nicht. Das ist so kompliziert. Dann habe ich doch mal nachgelesen, um das auch verständlich darzustellen. Und so bin ich immer tiefer in die Philosophie hineingerutscht, bis ich dann vorletzten Jahren, habe ich gesagt, ich mache da ein Buch drüber, über die abendländische Philosophie, vom Anfang bis zum Ende. Und dann habe ich schon mich gefragt, wer ist denn der erste Philosoph? Ist das Adam und Eva? Nein, das war Thales. Er war der erste Mensch, der sich gefragt hat, warum. Warum müssen wir sterben? Warum leben wir? Die Warum-Frage. Das ist eine ganz wichtige Frage in der Philosophie. Und sein Schüler danach hat dann gesagt, man muss sterben, um Platz zu machen fürs Schöpferische. Das war der Anfang. Und deshalb ist Thales eben der erste Philosoph in der Philosophiegeschichte. Das Seltsame ist nur, dass die gesamte Welt im 6. Jahrhundert vor Christus alle Philosophie entdeckt hat. In Japan war es Lao Tzu. In China war es Konfuzius. In Indien war es Buddha. In Persien war es Zarathustra. Und in Griechenland, also Thales. Da fragt man sich, woher wussten die das? Die konnten sich ja keine E-Mails schreiben. Es ist so, als wenn die Menschheit plötzlich, das ist so, als wenn man, als wenn alle plötzlich in die Pubertät kommen. Und dann fragt man sich plötzlich, ja, alle stellen sich die gleiche Frage. Und das fand ich, also das ist ein großes Geheimnis. Und das fand ich einfach spannend. Und deshalb habe ich immer mehr, bin ich immer tiefer in die Philosophie hineingegangen, aber wollte ein Buch machen, das jedermann versteht. Und unterhält. Das ist auf jeden Fall gelungen. Warum, also, was mir aufgefallen ist, die katholische, die katholische Zeit, der ist im Mittelteil, der ist sehr kurz gehalten. Da gab es da nicht viele Philosophen, hat die katholische Kirche die kurz gehalten. Warum? Es gibt relativ, in diesem Zeitalter, da hat sich ja die Philosophie und die Natur, hat sich ja dem Glauben unterzuordnen. Also der Glaube ist wichtiger, als alles Wissen. Und die Philosophie muss eben auch also naturwissenschaftlich auf der Seite gebildet sein. Aber in diesem, ich nenne das Mittelalter, das katholische Zeitalter. Und das ist ein Zeitalter des reinen Glaubens. Und ja, und wer glaubt, der darf im Grunde genommen nicht denken. Aber da hat es eben immer wieder mal zwischendurch, zumindest wurde das behauptet, da hat es immer wieder dann Philosophen gegeben, die dann gesagt haben, wenn uns Gott ein Verstand geschenkt hat und ein Glauben, das muss doch unter einen Hut zu bringen sein. Aber da gab es natürlich viele kleine Einzelnebenläufer, aber ich wollte mich nur auf die wichtigsten beschränken. Und das waren für mich die interessantesten. Ja, das ist dann ganz anders da, wie das, was mir mein liebster Pfarrer, da habe ich auch einen, beigebracht hat. Er hat immer gesagt zu mir, denk über die Sachen nach, hinterfrage den Glauben, hinterfrage alles und bilde dich immer weiter. Ein Zitat mehr oder weniger von Wilhelm Schulte. Ja, war der klar. Das ist, aber dein Pfarrer oder ihr Pfarrer ist natürlich ein Kind des 20. Jahrhunderts. Der durfte natürlich, der hatte auch all die anderen modernen Philosophen gelesen, der darf das auch äußern. Im Mittelalter hätte man unter Umständen wäre man dafür, hätte Ketzerei, hätte man auf sich gezogen. Ja, aber so ändern sich die Zeiten. Ich fand, welcher Philosoph hat Sie eigentlich mit am meisten geprägt? Also ich mag sehr den Demokrit. Demokrit ist relativ ein unbekannter Mann und er gilt ja als der lachende Philosoph, der also sagt, die Menschen wollen alle gerne uralt werden, aber wenn sie alt werden, dann beklagen sie sich darüber, dass ihnen die Knochen wehtun. und er sagt, wir Menschen wollen also die ganze Welt besitzen, aber wir können nichts mitnehmen ins Grab. Also ein sehr menschlicher Philosoph, der sehr weit gereist ist und der 104 Jahre alt wurde und relativ gesund war, der also, ja, also ich finde ihn ein sehr menschlicher Philosoph, der vor über 2000 Jahren gelebt hat, aber der uns heute noch sehr viel zu sagen hat. Auch ganz modern, der sagt, wir beuten die Erde aus, um nach Gold und Silber zu suchen und zerstören dabei die Erde. Das ist ein ganz unheimlich modernes Thema in der heutigen Zeit. Also Demokrit schätze ich sehr, obwohl ganz wenig von ihm überliefert ist. Das finde ich, was mich sowieso sehr überrascht hat, ich habe mir dann auch mal so zwischendurch so die Jahreszahlen angesehen von den verschiedenen Philosophen. Viele der Philosophen sind sehr alt geworden. Also wie Sie jetzt auch sagen, Demokrit, Demokrit ist ja auch ein Thema in Ihrem Buch drin. Und dieses relativ Kleines, fand ich, ein relativ Kleines, der Demokrit, der relativ kleines Werk hinterlassen, man sagt, also das gesamte Werk von Plato, da sind ja nun, also weiß ich nicht, wie viele tausend Seiten beschrieben worden, das ist eine Antwort auf Demokrit, weil der konnte Demokrit nicht leiden und hätte am liebsten alle Bücher von Demokrit vernichtet. Und man, also wenn man Plato liest, dann indirekt entdeckt man, das Gegenteil von dem entdeckt man, muss Demokrit geschrieben haben. Aber Demokrit hat sich trotz allem gehalten. Und selbst die Römer, schreibe mir noch über ihn, wenn ich das vielleicht mal vorlesen darf. Einen Moment, jetzt muss ich mal gerade nachgucken, wo ist er denn? Der römische Dichter Juvenal schrieb über Demokrit, er verlachte die Sorgen sowie die Freuden des Volkes, bisweilen auch dessen Tränen, während er selbst der drohenden Fortuna, also der Kricksalskopf, den Strick empfahl und ihr den mittleren Finger zeigt. Ja, es ist... Und der berühmte Arzt Hippokrates hielt Demokrit für den weisesten Mann, den er je getroffen hatte. Und da füge ich hinzu, vielleicht stande von ihm der Ausspruch, Lachen ist gesund. Genau, das war, das ist mir auch noch so im Hinterkopf geblieben, mit dem Lachen ist gesund, dass ich das noch dazu geschrieben habe. Also es ist für mich, der ja mehr oder weniger mit den Freundebüchern aufgewachsen ist, ein ganz anderes Buch, aber ein... Es ist trotzdem ein Helmer Heinebuch. Es ist auch eine gewisse Entwicklung, einfach auch, dass man bestimmte Dinge im gesetzteren Alter ein wenig, wie soll ich sagen, anders reflektiert. Naja, also auch mein allererstes Buch, das ich geschrieben habe, das heißt Das Elefanten einmal eins, das ist die Geschichte eines Elefanten, der jeden Tag einen Kloß legt, weil er ja nun ein Jahr alt ist. Und plötzlich an seinem zweiten Tag, plötzlich legt er zwei Klöße und er weiß, heute bin ich zwei Jahre alt geworden. Und der 50 Jahre lang jeden Tag einen Kloß mehr legt. Also 50, es ist 50 Klöße und plötzlich an seinem 51. Geburtstag legt er nur noch 49 Klöße. Und da ist er ganz überrascht und zählt nach. Und das ist ein ganz philosophisches Buch, wo ich schreibe, 50 Jahre lang lernen wir addieren, immer das alles zu mehren, Besitz, alles. Und jetzt 50 Jahre lernen wir, also das Abziehen, Subtrahieren, um hinterher zu begreifen, die Zahl 0, den Tod. Ich glaube, davon habe ich irgendwo gelesen, ich glaube, es war mal bei einem Interview von der Zeit oder so, da hatten Sie dieses Buch auch als Zitat mehr oder weniger erwähnt. Also ich glaube, das war die Zeit. Das gibt es heute noch. Das war mein allererstes Buch und hat viele Preise gewonnen, die Premio Grafico in Mailand und unter den besten Büchern, zehn besten Büchern hat die New York Times das gewählt. Und das war ein ganz kleines Buch, das ist durch Zufall ein Kinderbuch geworden. An sich wollte das Surkamp im Insel ein Buch rausbringen, aber die Frau Mittelhaufe hat gesagt, das Buch gefällt mir, also bleib mal hier bei mir, sag denen ab und ich gib dir 10.000 Mark. Und das war für mich, ich musste zurück nach Afrika, das war für mich eine Menge Geld und so bin ich im Grunde auch zum Kinderbuchautor geworden. Wir hatten ja jetzt, ich habe ja eben gerade schon ein bisschen zugehört, ich hatte das mit Tabaluga nicht so ganz auf dem Schirm, dass auch Sie dort gezeichnet haben. Wie kam es denn dazu? Na, das hat mir Maffei mal erzählt. Maffei ist also nach, er wollte eine Erzählerin haben für den amerikanischen Markt. Und da hat er Whoopi Goldberg aufbesucht in Hollywood. Und hat gesagt, hör mal, ich habe hier also eine, schau dir an, das ist das Buch, das ist die Platte, und da hat er eine, glaube ich, da war eine österreichische Illustratorin gewonnen. Und guck mal, so soll der Dachin aussehen und für den amerikanischen Markt, das wäre schön, wenn Sie dann doch also die Erzählerin sind. Und singen tue ich dann. Und da hat sie über den Kopf gewackelt, erzählte mir Maffei und hat gesagt, die Illustrationen, das gefällt mir nicht. Und da hat Maffei gesagt, ja, was gefällt Ihnen denn? Und da sagt er, der ist jetzt zu ihrem Bücherbord gegangen und hat rausgeholt The Friends, die Freunde. Und da hat sie gesagt, den kenne ich. Da hat sie gesagt, warum nehmen Sie den denn nicht? Also ich bin über Wuppi Goldberg über die Freunde zu Maffei gegangen. Also daran sieht man, also wie weit meine Bücher verbreitet sind und angekommen sind. Ja, also ich hatte das nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, weil meine Mutter ein absoluter Tabakluga-Fan und Peter Maffei-Fan war. Dementsprechend bin ich auch leicht geprägt in der Richtung. Finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, die ja auch immer weiter geht und immer erfolgreicher wird, finde ich. Aber dass Sie das gezeichnet haben, Entschuldigung. Ich habe mich auch immer zurückgehalten. Das ist ja Maffei ist Tabakluga. Da gibt es gar nichts und das gehört ihm auch. Aber ich will eben meinen Anteil haben, weil ich entwickle ja die Ideen. Ich habe ja auch den Arctus erst entwickelt und Lilly und diese Figuren und all das. Das sind ja alles meine Figuren, nicht? Und insofern, also muss ich auch, wenn er jetzt ins Merchandising geht oder wenn er jetzt in einem Film entsteht, soll der auch entstehen und der soll also rauskommen, heute ist 15, 16, 17 soll der rauskommen, der Film, China-Film. Und dann muss ich natürlich mit der Regie, mit dem Regisseur und so weiter, müssen wir an den Figuren arbeiten, um sie für den Film zuzubereiten. Und das sind meine Figuren. Aber ich bin nie groß aufgetreten. Ich lasse da Maffei den Vortritt. Das finde ich einen sehr feinen, schönen Charakterzug. Man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also das ist etwas, mich als Person kennt ja kaum jemand. Das finde ich auch gut. Also den Namen Helmhain, den kennt man und meine Bücher. Das ist viel besser, als wenn man sagt, oh, den kenne ich. Der läuft immer mit einem Zylinder rum und hat eine grüne Brille auf. Und dann sagt man, was hat er gemacht? Ja, was hat er gemacht? Aber ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Also der war einer bunten und also im Stern hat er auch irgendwas. Und ich persönlich möchte auch relativ unbekannt bleiben, mein Äußeres, weil ich möchte gerne, dass die Menschen mir unvoreingenommen begegnen. Sonst weiß ich immer nie, sind die nett zu mir, weil ich ein Promi bin, sagen wir mal, oder mögen die mich so, wie ich bin. Und das ist mein Prinzip. Das ist ein Prinzip. Also ich habe jetzt auch alleine auf dieser Buchmesse, ich habe Inni Lorenz interviewt, ich habe Wolfgang Holbein, alle Autoren oder viele Autoren sind einfach irgendwo locker geblieben und freuen sich einfach, dass ihre Bücher gelesen werden. und es geht denen immer nur um die Bücher, um ihr Werk, aber eher weniger um die Person. Und das ist das, was mir unwahrscheinlich sympathisch an den Autoren ist. Ich bin eigentlich, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so meint, lieber im Hintergrund und eher ganz ruhig und... Ich muss natürlich hier auf der Messe jetzt Rede und Antwort stehen und auch um das Buch voranzubringen und sowas, was ich auch gemacht habe, jetzt auf dem blauen Sofa bei der ARD und bei Service TV und solche Dinge. Das schon. Aber ich freue mich auch immer, wenn ich mich dann jetzt zurückziehen kann. Mittwoch fliege ich wieder nach Neuseeland zurück. Das interessiert keinen Menschen, was ich da mache. Ob ich ein netter Kerl bin, ob ich fischen kann, ob ich ihnen helfen kann, wenn ihr Segelboot also kaputt geht. Das ist für die Menschen da viel wichtiger, als dass ich also ein paar Bücher geschrieben habe. Und das ist schön. Da behält man Bodenhaftung. Eine sehr wichtige... Etwas sehr Wichtiges. Ich glaube... Moment. Ja. Die Zeit ist schon wieder langsam rum. Ich bedanke mich für das sehr schöne Gespräch und ich habe es sehr genossen. hat mir wieder gezeigt. Ich muss nicht aufgeregt sein, auch bei großen Namen nicht. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.